Razor Tazard Siehst du diesen Mystical Style von Razor? Ja, das heißt Mystical. Ja... Shake your ass! Show me what you got! Was ist das? Shake your ass! Ja... Ich... Verstehst du? Habe auch ein Drachenschwert und Kanone. Drachenschwert und Kanone. Ja, das ist ein Lifestyle Erwachsener. Ich will die Fotzen oben ohne. Ich bin Razor Tazard, Lifestyle King. Razor Tazard Popo down into Ka-Hor. Yes, dude, man! Razor Tazard going ahead. Razor Tazard bom for pH 80 fatty dukor. Yes, Razor Tazard juvos. You little sluts and all your flags. Use fat lives with the good fat asses. Shake your leffy teffies for me. Shake your booty. Is that? Have to know that me fuck you all. Just travel to the Razor. We do have sex and movie. We do put you online. You is then with? No. The Razor says you stars. Is that? When you is mid in the movie. Woo movie. Me is the wolf for you. Yeah. Oh. You is the king. Yeah. You really can't kill me. Yeah. Yeah. Ich kann Dingsen, du hast Dings, du musst, weißt du, ach ja auch. Ach so. Ja, ich hab das Schubwanz hab ich ja noch. Dann bauen wir an diesem Recode möglicherweise Schubwanz. Ja, ich kann ja unbedingt den selbst auch, Hauptsache ich hab Instrumentl, Beat und Rapper dazu. Wer interessiert hat, ich weiß, dass heute mal mehr als alle Menschen, die ich sind. Verstehst du, denn ich bin der höchste Mensch des Universums. Ich habe vorhin mit meinem Schwert 10 Euro geteilt. Sind da zweimal fünf dann geworden. Ich kann zaubern. Razor Tazat Style, wir sind on Rap, right? Komplizala. Ja, dann geht's mit meinem Schwertzahn. Ja. Vielen Dank.